Berlinale Jury mit Rang und Namen. Den Vorsitz übernimmt Regisseur Mike Lee. Einzige Deutsche unter den sieben weiteren Berlinale Juroren ist die Filmschauspielerin Barbara Zukova. Die Jury vergibt jedes Jahr den Goldenen Bär und die Silbernen Bären unter den Wettbewerbsfilmen. Sie zählen zu den renommiertesten Auszeichnungen der Filmwelt. Filme en masse. 395 Filme werden in den elf Berlinale Tagen gezeigt. Insgesamt finden 1200 Vorführungen statt. Das Haus der Berliner Festspiele in der Schaperstraße ist ein neu hinzugekommener Austragungsort. Dort werden die Filme in der Kategorie Berlinale Spezial gezeigt.